Wie heißt du und wie alt bist du? Ich heiße Max und bin zwölf Jahre alt. Ich bin Theodorin und ich bin zwölf Jahre alt. Was würdest du diesen Teilen, Plastik oder Glas? Ich würde mich persönlich für Glas entscheiden. Und warum? Weil es einfach besser für die Umwelt ist. Glas, weil man Glasflaschen mehrfach benutzen kann. Was könnten wir ändern, um die Welt zu retten? Wir könnten ändern, dass wir kein Plastik mehr produzieren und die Weltmeere sauber machen. Wir sollten uns mehr auf den Klimawandel konzentrieren. Was sagtest du von Plastik? Ich halte von Plastik, dass es ein unnötiges Schmutz ist. Ich finde, Plastik ist einfach unnötig. Ich halte von Plastik. Untertitelung des ZDF, 2020